Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüsse Sie bei frühlingshaftem Vogelgezwitscher aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 9. April 2024. Kürzlich schrieb mir ein Zuschauer, Herr Köppel, Ihre gute Laune widerspricht dem desaströsen Verlauf der Politik in der Gegenwart. Hier tut sich ein Graben auf zwischen Ihrer Zuversicht, zwischen Ihrem Frohsinn und den niederschmetternden Entwicklungen, unter denen wir zu leiden haben. Ich habe vollstes Verständnis für diese Intervention und ich sehe natürlich diese Entwicklungen auch. Sie haben recht, es geht auf einer abschüssigen Bahn nach unten. Wenn wir die Politik verlängern, wenn wir das sozusagen in die Zukunft extrapolieren, dann landen wir tatsächlich in einem Abgrund des Unfriedens und der Wohlstands zur Trümmerung auf Kosten zukünftiger Generationen. Die Missstände sind bekannt, wir sprechen sie auch an in dieser Sendung, aber etwas ist mir ganz wichtig. Ich möchte eben nicht die Verdrossenheit sozusagen bewirtschaften, die Zuschauer darin bestätigen, in auch einer Art von Selbstgerechtigkeit mit dem Finger auf die Politiker zu zeigen. Das gilt in der Demokratie eben nicht, auch in unvollständigen repräsentativen Demokratien nicht. Aus schweizerischer Sicht ist ja eine repräsentative Demokratie dysfunktional, weil sie eben nicht die direkte Demokratie haben, sozusagen die Möglichkeit, hier auch mit Referenden und Initiativen einzuwirken. Trotzdem darf man sich da nicht der Zermürbung, der Enttäuschung, der Verzweiflung ausliefern, sondern das Ziel meiner Sendung besteht eben auch darin, sie zu motivieren, zum Engagement oder wenigstens zum Widerspruch. Das ist wichtig, die Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Politikern überlassen kann. Das ist der Sinn, das ist sozusagen der Gehalt, aber eben nicht die Schönfärberei und meine gute Laune soll auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es da draussen eine Reihe von ganz besorgniserregenden Entwicklungen gibt. Nun, ich schaue mir ja relativ breit die Medien an und es gibt Zeitungen, die ich besonders schätze. Eine ist ein Wochenblatt, die Tagespost. Ein katholisches Organ, immer wieder auch mutig gegen den Mainstream und ich lobe das als Reformierter. Und in der aktuellen Ausgabe erblicke ich folgende Titelgeschichte, die in mir allerdings für einmal qualifizierte Zweifel auslöst. Ein Stirnrunzeln empfacht, Garant unserer Sicherheit. 75 und kein bisschen Hirntod. Nie war die NATO so wertvoll wie heute. Ja, da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das tatsächlich die Wirklichkeit 100% trifft. Und ich empfehle Ihnen vor dem Hintergrund der NATO-Jubiläen und dieser Geburtstagsfeierlichkeiten eine Gegenstimme. Hier Sevin Daktalen, die Kollegin von Sarah Wagenknecht in dem neu gegründeten Bündnis. Sie hat eine Streitschrift, eine kritische Beurteilung der NATO veröffentlicht, die NATO eine Abrechnung mit dem Wertebündnis. Und ich sage das als jemand, der mit der NATO aufgewachsen ist. Ich hatte immer ein positives Bild von dieser Militärallianz. Wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit, da waren die Begriffe NATO und Freiheit, die waren synonym. Die NATO, das waren die Guten für mich. Aber in letzter Zeit bin ich doch immer skeptischer und kritischer geworden. Und ich glaube, wenn man das einfach nüchtern analysiert, was die NATO in den letzten Jahren alles da veranstaltet und ja, geradezu verbrochen hat, dann kann man nicht zu einem ungeteilt positiven Fazit kommen. Mein Eindruck ist, dass die NATO ihren Auftrag verloren hat. Es ist nicht mehr klar nach dem Ende des Kalten Kriegs, wofür die NATO eigentlich steht. Und dass die NATO in einer Sinnkrise ist, zeigt sich auch daran, dass die NATO-Mitgliedstaaten gar nicht mehr ihren Verpflichtungen nachgekommen sind. Also die NATO, wenn man sie nicht abschaffen möchte, muss dringend reformiert werden. Und diese Beweihräucherungen jetzt da zum 75. Geburtstag, die sind vielleicht psychologisch nachvollziehbar, aber sie sind meines Erachtens nicht sachdienlich. Und ich fände es eben schade, wenn man hier gerade im Westen, jetzt im Zuge dieser Konfrontationen und Konflikte und Kriege, das kritische Denken preisgibt. Deshalb wichtig, hier die Sevim Dagdelen, eine Stimme von links, die es da zu berücksichtigen gilt. In Polen haben Wahlen stattgefunden und zum allgemeinen Entsetzen der Journalisten haben sich die Konservativen zurückgemeldet. Sehr gut geschlagen. Jetzt war man doch schon froh. In einem kollektiven Stossseufzer der Erleichterung hat man da die Konservativen, die Kaschinski-Leute abgeschrieben. Aber so einfach ist es eben nicht. Und wir beobachten jetzt in Polen eine Konstellation, die wir auch in Deutschland, Österreich, in vielen Ländern sehen, nämlich einen Stadt- und Landgraben. Die Stadt, progressiv, internationalistisch, das Land eher konservativ. Unsere Medien sind antikonservativ, sie sind sozusagen auf einem Kreuzzug gegen das Konservative. Ich habe hier ein etwas anderes Empfinden. Ich finde es eben wichtig, dass wir das progressive und das konservative Element haben. Im Moment scheint mich das progressive in der Politik, auch in den Medien dominierend übergewichtig. Und deshalb ist der moderierende, der mässigende Einfluss des Konservativen ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Sonst vergaloppiert man sich da im Neuen, nur weil es neu ist. Und Polen zeigt nun, dass eben diese Balance nach wie vor hier sich sozusagen findet. Auch wenn da der Donald Tusk, der Vertreter eben etwas der Euro-Turbokreise in Polen, Liebling der Europäischen Union, Liebling der Journalisten, der ist ja mittlerweile Ministerpräsident. Also es braucht beides und nicht nur etwas. Wolfgang Schäuble, Erinnerungen, mein Leben in der Politik. Postum erschienen die Autobiografie, die Memoiren des deutschen Politikers, der in den Medien jetzt als herausragend gefeiert wird. Fast etwas, Wolfgang Schäuble, Gottesdienst. Ich war jetzt nie Teil seines Fanklubs, habe ihn immer respektiert. Doch, ein intelligenter Politiker, aber für eine rückhaltlose Jubelhymne gab es mir einfach zu viele Fehlentwicklungen, bei denen Wolfgang Schäuble mittendrin war. Nicht zuletzt die Entwicklung einer CDU, die ja sozusagen von einer Bürgerlichen sich sehr stark in eine linke Richtung da transformiert hat. Und der Wolfgang Schäuble, der jetzt meines Erachtens sehr, sehr unkritisch da, gut, man soll über Tode nichts Böses sagen, aber vielleicht fast schon unrealistisch gewürdigt wird, der war ja immer mittendrin. Das Zweite, aber da stütze ich mich jetzt einfach auf die Medienberichte, das Zweite, was mich da etwas misstrauisch oder stutzig macht, offensichtlich sind in diesem Buch sehr viele Indiskretionen drin. Er plaudert da oder verrät auch Vertraulichkeiten, Gespräche mit Politikerkollegen. Das eine und andere ist jetzt bereits in den Schlagzeilen. Das finde ich immer etwas fragwürdig, wenn da Politiker aus der Schule, aus dem Nähkästchen plaudern, Anekdoten, Klatsch verbreiten. Natürlich meistens mit dem Ziel, sich selber etwas besser darzustellen als die anderen. Das lässt mich auch etwas hier zweifeln. Traue keinem, traue keinem, der ein Tagebuch führt. Kritik löst aus das Konzept der grünen Ministerin Claudia Roth zur Erinnerungskultur. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen einen Aufsatz darüber gelesen, offenbar wird Claudia Roth hier die Kritik an der Migrationspolitik der Merkel-Jahre in einer Kontinuitätslinie sehen mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in den 30er und 40er Jahren. Das wird von den Zeitungen zu Recht als Geschichtsrevisionismus betitelt, als ein verharmlosendes Mischmasch, das hier veranstaltet würde. Anzufügen bleibt, dass die Medien, dass die Journalisten im Grunde genau das Gleiche machen, wenn sie heute so tun, als werde Deutschland durch Legionen von Nazis bedroht. Da wird ja auch laufend aus dem Giftschrank der Geschichte die Gegenwart alimentiert bzw. man versorgt da Politiker, die einem nicht passen in diesem Giftschrank. Also die Journalisten, die Medien und allem voran auch eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, die machen ja genau das, was jetzt der Claudia Roth vorwerfen. Wahlen in der Slowakei, da ist der Vertreter der Vizepartei, der Peter Pellegrini, zum Präsidenten gewählt worden, ein Mann der Souveränität und des Friedens, wie sich da der ungarische Aussenminister zu Wort meldete. Mir ist aufgefallen die sehr schrille Reaktion aus Deutschland. Da der Norbert Röttgen, CDU-Aussenpolitiker und der Hofreitner von den Grünen, die sind ausser sich aufgrund dieser Wahl und Zeitungen, auch hier glaube ich es wieder die FAZ gewesen, schreiben von einer falschen Wahl. Und das sind jetzt also schon sehr anmassende Töne. Röttgen und Hofreitner rufen geradezu nach einem EU-Ausschluss der Slowakei. Und diese Unbescheidenheit, diese Herrenreiter-Allüre, da kann ich sagen, das kommt sicherlich ganz schlecht an. Und das ist für mich eben auch eine jener Dynamiken, die ich heute mit Sorge in Deutschland beobachte. Diese Auftrumpfer, diese wichtigtuerische Attitüde, die sich da zusehends zur Geltung bringt, die da zusehends so auftrumpfend, aufplusternd in Erscheinung tritt, das ist doch nicht die Aufgabe Deutschlands, hier Zensuren zu verteilen. Diese Unbescheidenheit. Und ich treffe auch viele Deutsche in der Schweiz, denen das sehr unangenehm ist, denen ist das geradezu peinlich, dass die Politiker da dermassen abheben. Und ohne sich zu spüren, hat man den Eindruck, einfach andere Länder, andere Völker da massregeln, weil sie nicht so gewählt haben, wie sie das nun gerne gehabt hätten. Nicaragua verklagt Deutschland zur Beihilfe zum Völkermord. Man sagt, die Deutschen würden da Israel unterstützen und in genozidalen Bestrebungen da stützen mit Waffenlieferungen und so weiter. Das ist jetzt eine Klage, die da in Den Haag verarbeitet werden muss. Ich bin ja ein Skeptiker bei diesen Begriffen mit Genozid. Ich glaube nicht, dass das ein Genozid ist, was da die Israeli machen in Gaza. Es ist zwar eine fürchterliche Form der Kriegsführung, die man zu Recht kritisiert, die übrigens auch in Israel stark kritisiert wird. Aber bei einem Genozid, da muss doch auch das Motiv der systematischen Ausrottung einfach da sein. Und ich warne davor, diese moralisierenden Begriffe so leichtfertig zu verwenden. Man macht das heute so aus dem Handgelenk heraus. Überall gibt es Genozide. Da haben wir einen Genozid, da haben wir einen Genozid. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann die entsprechenden auch historischen Vorbilder zusehends nicht mehr in ihrer eigentlichen Dramatik zur Kenntnis zu nehmen bereit ist. Nun also, diese Anklage in einem Punkt, allerdings muss ich Nicaragua da recht geben. In der Beschwerde, in der Anklageschrift heisst es, dass die Deutschen aufgrund ihrer historischen Erfahrung ja eigentlich den Auftrag hätten, für den Frieden zu wirken und sich da nicht an solchen Bestrebungen zu beteiligen. Und ich glaube, da findet man einen gewissen Widerhall in breiteren Kreisen der Bevölkerung. Aber aufgepasst mit diesen Eskalationsbegriffen, mit diesen sehr moralisierenden Begriffen wie Genozid. Man hat das ja auch den Russen vorgeworfen. Kaum waren sie da einmarschiert in der Ukraine. Die Bild-Zeitung empört sich über Gerhard Schröder. Fassungslos ist da der Reporter Paul Ronzheimer, weil es Leute gibt, die Gerhard Schröder zum 80. Geburtstag gratulieren. Ja, die Medien, die Journalisten sind heute in Deutschland leider allzu oft Vorkämpfer der Meinungseinfalt, der Intoleranz, die eben sich empören, die sich echauffieren darüber, dass einem ehemaligen Bundeskanzler zum runden Geburtstag gratuliert wird. Das zeigt Ihnen eben auch den Grad der moralisierenden Vereinseitigung des Meinungsspektrums, was eben das Gegenteil ist eigentlich von Demokratie. In der Demokratie müsste man ja offen sprechen und wäre es ja interessant, wenn Persönlichkeiten, die früher eine bedeutende Rolle in der Politik gespielt haben, wenn die eine andere Meinung haben. Aber da will man sich offensichtlich nicht darauf einlassen. Dann in der Kritik auch nach wie vor Björn Höcke, der AfD-Mann Thüringen. Thüringen, ein übrigens sehr interessantes Bundesland, ein zentrales Bundesland, ein Seismograph vielleicht auch etwas bestimmter Strömungen und Stimmungen in der Bundesrepublik. Auf diesen Björn Höcke prügeln sie jetzt ja ein, dass es Gott erbarmt. Und am Donnerstag soll da ein Fernsehduell stattfinden gegen den CDU-Vertreter Mario Vogt. Und in der nächsten Woche beginnt dann ein Prozess gegen Höcke, der angeklagt wird, Radikalparolen verbreitet zu haben. Da geht es eben um diesen ominösen Spruch «Alles für Deutschland». Offensichtlich ist das kriminell, wenn Sie in Deutschland sagen «Alles für Deutschland». Ich habe ja schon informelle Umfragen gemacht bei Deutschen, die ich kenne, nicht mehr, ob Sie gewusst haben, dass dieses «Alles für Deutschland» eine Parole war der SA, der Sturmabteilung dieser Nazi-Organisation aus den 30er Jahren, die ja dann 1934 brutal zerschlagen worden ist. Die gab es gar nicht mehr nachher. Also ich habe niemanden getroffen, der diesen Spruch da gekannt hat. Da muss man natürlich aufpassen, dass sich sozusagen das offizielle Deutschland eben nicht in so eine Art meinungstyrannische Entwicklung da hinein bewegt. Und dass man solche Sätze kriminalisiert, die nun wirklich nicht jetzt im breiteren Bewusstsein in ihrer ganzen geschichtlichen Kontaminiertheit zu erkennen sind. Das hat übrigens der Rupert Scholz, der Verfassungsrechter und frühere Minister, einen sehr interessanten Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, wo er diese Tendenz kritisiert, vor allem auch des Verfassungsschutzes, der dazusehend sich aufschwingt, erlaubte und nicht erlaubte Meinungen dazu postulieren. Da sagt Scholz sinngemäss, Rupert Scholz sinngemäss, dass dies undemokratisch sei, das sei nicht der Auftrag des Verfassungsschutzes zwischen erlaubten und unerlaubten Meinungen zu unterscheiden. Und in dieser Tendenz bewegt sich da meines Erachtens auch die Prozessbestrebungen gegen Björn Höcke. Den muss man eben nicht gerichtlich angreifen, sondern den muss man widerlegen in der politischen Auseinandersetzung, in der Demokratie. Einfach zum Richterrennen, aber das ist halt leider auch eine unheilvolle Tendenz, dass heute zusehends politische Auseinandersetzungen mit juristischen Mitteln ausgetragen werden. Nun, man muss auch diese Missstände sich bewusst machen, um sie dann zu überwinden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen auf diesem Kanal.